Hallo und herzlich willkommen zu einem ASMR-Video hier auf Reading Book Channel. Ich habe, ich glaube, ungefähr an Weihnachten herum schon mal ein ASMR-Video gemacht, aber da hatte ich noch nicht dieses wundervolle Yeti-Mikrofon, welches es heute angekommen ist. Aber ich musste jetzt sofort erstmal, ja, es aufbauen und es jetzt direkt testen. Also, ich bin totaler ASMR-Fan, einige mögen es nicht, ich aber auf jeden Fall. Und besonders mag ich bei ASMR Slime-Videos, deswegen habe ich auch dafür mir ein bisschen Slime besorgt. Und ja, meine Lieblingsfarbe ist Blau, deswegen passt das eigentlich sehr gut. Und damit werden wir nachher ein bisschen rummatschen. Dann habe ich mir aber auch noch, weil ich das auch total liebe im Slime, Styropor-Kügelchen gekauft. Natürlich auch im Blau. Und dann freue ich mich gleich damit ein bisschen rummatschen. Dann habe ich hier noch ein, ups, ein ganz kleines Förmchen aus Plastik. Und damit weiß ich gar nicht, was man da genau mitmachen kann. Das war dabei. Kann man hiermit was Schönes machen. Oder einfach gleich den Slime da reinfüllen. Werden wir einfach gleich massieren. Ja, am Anfang möchte ich eben sagen, ich bin relativ neu in der ASMR-Szene. Wie gesagt, mein erstes wirkliches Video mit diesem Mikrofon. Deswegen verzeiht mir, wenn ich irgendwelche Fehler mache. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wenn ich irgendetwas besser machen soll. Ein bisschen anders machen soll. Vielleicht rede ich auch schon zu schnell, ich weiß es nicht. Und ja, ich bin für Tipps immer offen. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an zu slimen. Also, ich habe Magic Clay. Ich dachte, Clay wäre immer sowas wie... Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, hab ich eher so geniete Kiesel, heißt das nicht eigentlich Kieselsteine? Ich weiß es gar gar nicht. Irgendwie fühle ich mich gerade dumm. Aber, ähm, normalerweise heißt es eigentlich Slime. Aber es heißt jetzt heute Magic Clay. Und das habe ich mir bei Amazon gut bestellt. Auch, ähm, also ich habe es mir wirklich selber gekauft. Jetzt nicht irgendwie gesponsert bekommen oder so. Und das, ähm, hat mich nicht alleine gekauft. Sondern da waren dann noch ganz, ganz viele unterschiedliche andere Farben mit dabei. Die ich vielleicht auch irgendwann mal in einem Video machen werde. Und vielleicht auch alle durcheinander schmeißen werde. Meine Arme machen voll die Geräusche. Und vielleicht auch alle durcheinander schmeißen werde. Ich habe gerade gesehen. Ich glaube, das seht ihr jetzt leider nicht. Ich habe hier ganz unten irgendwie noch Glitzer drin. Ich weiß nicht, ob es wirklich in einem Schleim drin ist. Oder einfach in einem Plastikbehälter mit eingearbeitet ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich in einem Schleim drin ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich in einem Schleim drin ist. I. Viele mögen das Geräusch ja einfach nur. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag die Kombination zwischen dem Geräusch und dem Bild tatsächlich. Deswegen lasst mich wissen, ob so das Setting hier in Ordnung für euch ist. Oder ob ihr mich weniger sehen wollt, sondern mehr auf dieses Slime-Zeug oder was auch immer. So, anscheinend ist das Glitzer tatsächlich im Slime mit drin. Jörg. Es ist sehr komisch, Slime. Ist nicht so erlastig, wie ich mir gedacht hatte. Vielleicht sollte ich wirklich mal selber Slime herstellen. Es gibt ja so viele Tutorials davon auf YouTube. Aber die ganzen amerikanischen Videos haben so einen Kleber da drin, den ich hier in Deutschland gar nicht kenne. Ich würde mir den auch ungerne bei Amazon dringend in einem 1 Liter Fass bestellen. Weil gleich klappt das ja alles gar nicht. Und dann habe ich 1 Liter Klebestoff zu Hause. Und dann habe ich das. Das ist ein ganz komisches Geräusch. Wie gesagt, das ist ein komischer Slime. Das klappt super fürs erste Video. Ich kann den irgendwie auseinanderbrechen. Das war das. Was für eine Matscherei. Also irgendwie klappt das mit dem Firmchen nicht so ganz, wie ich es mir oft habe. Aber ein bisschen erkennt man das Boot. Ein ganz kleines bisschen. Ja. Oh meine. Ein kleines bisschen. Ich will refleken auf dem Tisch. Mal. Das war's jetzt mit dem Slime. Oh, ich liebe dieses Glash. Oh, ich liebe dieses Glash. Oh, ich liebe dieses Glash. So, und jetzt würde ich ganz gerne den Slime mit den Sturbogugeln mischen. Da ich aber nicht weiß, wie gut wirklich der Slime ist, weil du mich doch ein bisschen enttäuscht hast, mache ich immer nur ein bisschen von dem Slime. In das Stöpfchen. Okay. 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 Ein Moment. Ich habe das hier in der Nähe und ich habe das hier in der Nähe und ich habe das hier in der Nähe. Okay. Was ist das? Okay. Ich habe es nicht so, dass ich es nicht so, dass ich es nicht so, dass ich es nicht so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich hab jetzt ziemlich viel Sauerei veranstaltet. Hier liegen noch überall die kleinen Hügelchen rum. Die räume ich jetzt gleich ganz flink weg. Und das war's schon mit meinem ersten, neuen, zweiten Test von ASMR und mit diesem Mikrofon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen kribbeln erzeugen, ein bisschen Spaß an der Sache. Vielleicht seid ihr dabei auch gut eingeschlafen. Auf jeden Fall würde ich mich, wie schon gesagt, über ein Feedback freuen. Und ich würde gerne wissen, ob ihr noch mehr von ASMR auf diesem Kanal hören wollt oder nicht. Und vielleicht auch, was ihr gerne mögt, außer Slime. Ich hab jetzt bald noch Harry Potter, Mirch, Zeitungen und alte Bücher, wie ich sie im Hintergrund hier an der Wand habe. Und ja, das ist erstmal so, was ich vielleicht sogar gleich direkt aufnehmen werde. Wenn ihr also noch irgendwelche Wünsche habt oder sowas, schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich bin für alles offen und freue mich mit euch, ja, dieses neue Genre mit aufzubauen, mitzuerleben. Wie gesagt, ich bin noch relativ neu jetzt und interessiere mich auch nicht so unbedingt für ASMR. Ich hab meine Standardvideos, die ich mir angehöre, wenn ich nicht schlafen kann. Und deswegen bin ich gerne für alle Anregungen, Tipps, Wünsche offen. Gut, dann verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen angenehmen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer euer, das Video, das schaut. Und dann eine wundervolle, gute Nacht für mich. Tschüss.